So, gucken wir mal, Karibik 2 durch, perfekto. Es fehlen tatsächlich immer noch zwei wahre Abenteurer, aber da kommen wir gleich hin. Da ist in dem Film einer, perfekt. 3.1 ist Singapur. Literally kein Minikit hier. Ja, dann Abfahrt. Dann Abfahrt, wa? Kommen wir auf 5 und 8 oder so, ne? So, und vielleicht auch mal frühs in mein Auge drauf herfen. Okay. Ich sehe schon blinken. Wo sehe ich blinken? Oh Gott, ich sehe ja überall blinken. Ach du Scheiße. Okay, das konnten wir nicht machen, weil Jacksburg, ne? Yes. Okay, wir machen mal fix den Kompass. Vielleicht gibt es hier mit dem Kompass auch so ein bisschen was von den anderen Sachen, wa? Okay, der Fisch ist irgendwie auf der anderen Seite. Das Ding geht da. Gut. Gucken wir mal da. Ich weiß nicht, entweder wird das ein nerviges oder ein sehr schnelles Level. Ich bin mir nicht sicher. Ich hoffe eher zweiteres. Wenn es ein nerviges werden würde, dann kann es ein sehr nerviges werden. Oha. Einfach Puppentheater. Lull. Oha. Tschü. Okay. Pfff. Okay, da drüben ist alles. Da oben ist aber auch eins, ne? Ah, das ist, das ist, ich wollte schon sagen, was brauchen wir da? Dynamit? Äh, Feuer? Ne. Ne, das ist hier, also doch vielleicht, aber das ist hier erstmal primär Blackbeard. Oh, was war im Leben? Ist ja kein Ding. Stören mich ja nicht. Vielleicht nochmal gucken. Kompass, hier oben. Ja, sieht jetzt nicht so aus. Guck mal, das waren jetzt quasi zwei, zwei Flaschen in einem Ding, ne? Crazy. Crazy. Wir gehen weiter mit dem Kompass nach. Und das ist das, was ich mit dem Kompass meine, ne? Wir sind jetzt einfach mit dem Kompass nach und haben direkt mal zwei Flaschen dadurch. Abgesahnt. Von daher ist das immer, glaube ich, eine ganz gute Idee, erstmal dem Kompass zu folgen. Okay, das brauchen wir dann. Was war das jetzt? Das war dieses Eisting. Ist auf der anderen Seite von der Brücke. Das ist alles auch transparent. Der Fisch wäre jetzt noch eine Option. Gucken wir mal, gucken wir den finden. Ansonsten gucken wir mal nach, suchen wir quasi nach den weißen Pfeilen. Einen ist irgendwo im Hintergrund. Also hier sitzt tatsächlich nur noch einen weißen Pfeil. Vielleicht hängt der mit dem Fisch zusammen. Also wir gehen auf jeden Fall in Richtung weißen Pfeil. Ja, es scheint so. Ah, der will den Fisch haben. Okay, perfekt. Dann ist dem den Fisch zu bringen wahrscheinlich der... Äh, die Belohnung, I guess. Ey, bin ich mit? Hallo, hier, Fisch. Ah, und da ist noch eine Kuppel. Ah, der Kuppel für mich. Perfekt. Ah, wahrscheinlich haben wir das gemacht. Aber wir konnten das nur nicht ausnutzen wegen... Dingsi, ne? Gott. Schmati. Was machst du denn da drüben? Lass die immer überall irgendwo festhängen. Äh? Okay, kann ich da irgendwas draufstellen? Sollte ich da irgendwas draufstellen? Brauchen wir da zwei, maybe? Nee, ne? Hä? Bin ich stuf? Bitte Frage nicht beantworten. Ah, der Kuppel für mich ist das nicht ausnutzen. Okay. Okay. Wo ist der andere hin? Ach, dieser drüben, Digga. Na ja, soll sie machen. Mir egal. Hä? Okay, irgendwie kommen wir da hoch. Über das Dach, maybe? Vielleicht gehen wir erstmal da hoch. Vielleicht ist... Erscheint das, wenn wir hier waren. I don't know. Ach, guck mal. Das ist sogar das andere Ding für den Kompass, wahrscheinlich, ne? So, dann schleppen wir das da rüber. Wir müssen aber gleich nochmal zurück, ne? Also, safe call. Ah. Okay. Da kann man die Brücke umstellen. Perfekt. Okay. Jetzt kommen wir auch da rüber. Ja, schön und gut soweit. Aber. Aber, big, aber. Big, big, aber. Okay. Ich sehe das. Nice. Sehr schön. Guck mal, das ist auch eine gute Fläche. Ich glaube, es ist nicht, dass das zusammenhängt, wenn ich ehrlich bin, na? Aber. Puno's. Sehr schön. Sehr schön. Wir gucken. Okay. Okay. Wir gucken. aber auch so riesige gegend hallo was passiert hier okay wir können das noch reparieren ade ach der wasserdampf ist dass er soll schon so sein und das soll schon so sein glaube ich wir mitten der ding darunter damit das ein bisschen abkühlt war first time in like 20 years or something right I think crazy actually absolutely crazy so come it cool yes hat sich erst sehe ich dort erst zack nee nochmal ja perfekto so kompass nada kommen wir hier raus sah so aus wo bin ich wir mal die die also nennt er anders will abgerissen genommen tschuldigung tschuldigung so wir wollen aber noch zurück nach definitiv weil wir haben das rätsel um diese diese eine flasche immer noch nicht gelöst wir haben einfach halbe map geskippt da war noch eine flasche ich komme hier zurück in dem boot ne in dem boot nicht Hilfe wir haben einfach halbe map geskippt Wollt ihr doch gar nicht ok da geht es nur vorwärts ok wir gucken noch mal wenn nicht dann boah da müssen wir noch ein zweites mal rein da kommen wir so nicht rüber und da irgendwie auch nicht ich komme weder da rein noch da rein noch darüber weil das weil wir das noch nicht offen hatten ah ich habe es doch irgendwie geschafft let's go puh digga das ist noch was du daraus schaffst danke so jetzt können wir sowieso martin nehmen ne jetzt kriegen wir nämlich das da oben perfekto gut das war das tor das wir hier gebraucht haben ok dann haben wir jetzt hier noch irgendwo einen pfeil und ne halt das andere ding guck mal kurz hier guck mal kurz hier guck mal kurz hier wer ist da hingekommen weiß ich gar nicht ok das boah ich sehe hier überall einfach nur weiße pfeile ich bin so gottlos überfordert gerade ok kommt was ist ja nicht so da ist ja oben eine ist jetzt da drüben eine geht es hier weiter ich weiß es nicht ne hier ist einer anscheinend oder ah warte mal gehen wir jetzt gerade die map zurück jetzt sind wir wieder auf der seite boah alter was ist denn das für ne für holy shit alter die map ist ja anders verwirrend ne wir lassen das mal ähm weil das hier gar nicht so schlecht ist so jetzt ist da nämlich quasi glas auch wenn es eigentlich eis ist ne oh gott das war ein fisch scheiße so von wo sind wir denn hier reingekommen von da drüben ja ok hier ist der restliche komm ich will mal fixen kommen hast du ja 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 we're a big game madrid city oh yes kala madrid easy win easy 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 ok kommen wir die off ihr zugevon ne kommen wir nicht jetzt haben wir sie i guess yes el garota ah ok wir haben den kompass haben wir jetzt durch jetzt ist literally boah ich glaube es ist wirklich nur diese komische eine weiße ähm ja weiß nicht weiß die eine flasche da vorne die müssen wir jetzt nochmal irgendwie klären und dann ok hier haben wir auch schon richtung sehr schön ok jetzt ist die richtung da ne wir folgen dem weißen fall danke für maskieren wir probieren und opa opa ole papa ähm oh gott wie komme ich denn jetzt wieder da rüber boah ich 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 diese map da oder war hier die andere brücke ne hä digger lord help me hier jetzt jetzt hier rüber und dann da nach hinten ne ui 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 ähm das heißt wenn wir gleich zwei brauchen dann das ist eigentlich schon wieder von Arsch so so muss der vielleicht an der kurbel da drehen hat das eine komische kurbel oder hat er schon eine kurbel gedreht ich bin mir nicht sicher hey hey kollega mach mal kurbelung oder hat er schon kurbelung gemacht ich hier taucht halt nichts auf ne ich bin kurz davor wir starten das ist nochmal neu ne so wir machen hier ne ne speicherung und ähm gehen erst nochmal rein ich weiß nicht was da los ist vielleicht ist das ein buggy i don't know aber das ist ja der lieferant weil da sollte man richtig fix da sind ist der e-mail suchtrupp noch anwesend ne ja so wir gehen da nochmal rein yes ok ähm wir gehen da hinter links fisch bitteschön hier ist ein fisch ok google google it is ok moment moment ja wo sind wir jetzt? Singapur? Das Ding ist, diesmal ist es ja nicht mal, wir wissen ja wo sie sind. Ähm, Zybernes Gitter, ja. Startpunkt läuft hier oben nach links, so ein Typ, der Fisch will dort laufen. Von unten steht an einem, äh, soll ja, links und mit einem starken Charakter einen orangenen Griff ziehen müsst. Was? Warte, warte, warte. Dort läuft von unten hin, okay. Warte, irgendwo ist da noch ein Käfig oder so, den wir da hinstellen müssen. Ich glaub mir, weil das ist ja so eine Fläche, um irgendwas zu machen, okay. Aber wo? Ah, ah, okay. Okay. Alles klar. Ich verstehe. Gut. Gut. Dann hätten wir das auch gleich. Ich komm wieder hoch. Ganz schön, ganz, ganz schön eng hier. Ah. Ah, und das, das Griff Ding ist nur für rechts, das ist gar nicht für die, für das Ding hier. Interessant. So. Singapur abgeschossen, sehr schön. Also, ich bin jetzt nicht der Schreie, den ich glaube, das alles ein bisschen auf zum Beispiel. Aber ich habe den, ich glaube, entspricht euch, das nicht in der Kühe. Vielen Dank.